Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1252. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, aber sie hat tatsächlich gerade den Termin bestätigt. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, aber sie hat tatsächlich gerade den Termin bestätigt. Mit diesen Fahrrädern haben wir die Gegend erkundet. Mit diesen Fahrrädern haben wir die Gegend erkundet. Ich habe alles aufgegessen. Es hat gut geschmeckt. Ich habe alles aufgegessen. Es hat gut geschmeckt. Diese beiden Figuren werden in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite als Dekoration für Halloween verkauft. Diese beiden Figuren werden in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite als Dekoration für Halloween verkauft. Mit dem Erfolg kommen mir oft Zweifel, ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Mit dem Erfolg kommen mir oft Zweifel, ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Steht mir diese Sonnenbrille oder sind die Gläser zu groß? Steht mir diese Sonnenbrille oder sind die Gläser zu groß? Gib mir bitte den Elektroschrauber, damit geht es schneller. Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Auf einem Glastisch im Garten steht ein Serviertablett mit Tassen und Rosenblättern. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Untersuchungsergebnisse sind eindeutig. Wir sind uns darüber einig, was zu tun ist. Die Untersuchungsergebnisse sind eindeutig. Wir sind uns darüber einig, was zu tun ist. Wir müssen eine Überprüfung beauftragen. Irgendetwas stimmt mit unserem Kamin nicht. Wir müssen eine Überprüfung beauftragen. Irgendetwas stimmt mit unserem Kamin nicht. Wir müssen eine Überprüfung beauftragen. Ich brauche keine Waage mehr, weil mein Gewicht seit Monaten stabil ist. Ich brauche keine Waage mehr, weil mein Gewicht seit Monaten stabil ist. In diesem Unternehmen kann ich endlich meine Träume verwirklichen. Hier arbeiten wir an Projekten, die unsere Zukunft positiv verändern werden. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Was möchtest du zu Weihnachten haben? Du darfst dir etwas aussuchen. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt, und sechs Monate später waren wir schon verheiratet. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt, und sechs Monate später waren wir schon verheiratet. Lass mich noch ein wenig länger im Bett liegen. Ich möchte meinen Kaffee ohne Stress austrinken. Ich möchte meinen Kaffee ohne Stress austrinken. Basketball ist seit 1936 eine olympische Sportart für Männer und seit 1976 für Frauen. Basketball ist seit 1936 eine olympische Sportart für Männer und seit 1976 für Frauen. Basketball ist seit 1936 eine olympische Sportart für Männer und seit 1976 für Frauen. Wie sieht es aus mit deinem Sehvermögen? Kannst du noch alle Buchstaben deutlich erkennen? Wie sieht es aus mit deinem Sehvermögen? Kannst du noch alle Buchstaben deutlich erkennen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ...